Oh, und damit herzlich willkommen zur vierten Mission der Bruderschaft von Nod-Kampagne von Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Wir gehen zu einer alten, bekannten Mission, und zwar Hampton Roads, die wir schon mit der GDI bestritten haben. Jetzt auf Seiten der Bruderschaft. Angriff auf den Hampton Roads Flottenstützpunkt. Mann, Sie räumen da vielleicht auf. Das ist ja fast zu leicht. Na gut, wie Kane immer sagt, niemals nachlassen. Dringen Sie in Hampton Roads Naval Base ein. Damit wäre der größte GDI-Hafen lahmgelegt. Inzwischen landen wir mit Nachschubtruppen an allen Küstenabschnitten. Das wird ein schöner Anblick, glauben Sie mir. Ah, bin ich mal gespannt. Sie haben Befehl, den größten flotten Stützpunkt der USA zu erobern und einen Flugzeugträger der GDI zu versenken. Sobald die Bruderschaft Hampton Roads kontrolliert, können wir unsere Offensive in dieser blauen Zone mit zusätzlichen Einheiten unterstützen. Der Plan für diese Operation ist ein Geniestreich. Wir haben ein Kommando mit einem Frachtcontainer in den Hafen eingeschleust. Versenken Sie mit dieser Eliteeinheit die ihn angedockten Flugzeugträger. Sobald der Träger außergefechtigt ist, schicken wir ihnen Truppen für die Eroberung des Hafens. Und noch etwas. Wir haben auch einen Saboteur eingeschleust. Allerdings ist der Kontakt zu ihm vor einigen Stunden abgebrochen. Wenn Sie ihn finden, nutzen Sie seine Fähigkeiten. Empfange Nachricht. Solange Langley unter Beschuss steht, erfolgt die Luftsicherung der Ostküste ausschließlich über die GDS Pave. Wenn wir sie zerstören, haben wir die absolute Lufthoheit und können die Bruderschaft aus der Luft unterstützen. Patrouille nähert sich. Patrouille nähert sich. Patrouille machen. Unser Kommando. Ich verstehe. Mit Lasergun. Einheit für Dane. Was haben wir hier? Medikamentenkiste? Veteranenkiste. So, einmal weg bitte. Vorsicht. Geld, Medikamenten. Einmal die weg machen. Medikamente. Der Po sitzt tief mal wieder, ja. So. Kann ich was gegen die Bunker machen? Ich verstehe. Vorsicht. Nur bedingt. Ich verstehe. Okay. Okay. Rück er vor. Positiv. Ich verstehe. Okay. Persönliche Zustellung. Das macht nur wenig Schaden, aber wir machen mal hier. Noch mal neu an. Das hätte ich eigentlich gleich machen können, aber was soll's. Sehr gut. Ich verstehe. Okay. Ich erledige das. Entschuldige die Seiererei. Positiv. Okay. Ist der der Nächste? Ich erledige das. Knappes Ding. Ich muss nur zur Medikamentenkiste. Dann wird alles gut. Okay. Tut mir leid. Keine Panzer. Warum auch immer man die Panzer nicht so vielen Sprengfessern abstört. Aber egal. Ich bin ja nicht der Commander. Positiv. Kein Wunder, dass... Kein Wunder, dass die jetzt auch bei DGI gesagt haben. Ja, leider an allen Fronten... Ist nicht an allen Fronten so... Wissen die Leute so effizient für sie. Weil ich denke, überall anders sind wahrscheinlich Affen, die einfach die Kommandeure. Weil da wahrscheinlich die Menschen ausgegangen sind und irgendeine Quote erfüllt wird oder so. Ich arbeite allein. Ich verstehe. Einfach so ein Aff in DGI-Uniform. Einfach so eine Banane rumschaukelt die ganze Zeit. So, was sollen wir tun? Oh, ah, ah. Oh, ne Scheiß, ey. Kommt mal an das... Das war knapp, ey. Da war jetzt wirklich... Wer one-shotted zuerst, das Duell? Autschi. Mhm. Guck, ich mach noch ein bisschen an. Aber noch keine Nebenziele oder sowas. Da kommt wahrscheinlich noch was, ne? Von daher, was soll's. Gehen wir mal Richtung Ziel. Nicht so nah ran, bist du denn... Piu-piu. Nein, keine Granaten auf mein Gesicht. Oh nein. Kommando gegen Kommando. Aber wir haben die Beförderung. Der macht ja echt nicht viel Schaden an mir. Jawohl, jetzt haben wir auch die Beförderung. Nice. Sehr, sehr gut. Das läuft ja wie... Aus dem Lehrbuch. Aus dem Lehrbuch für persönliche Zustellung. Einfach so... Kaboing. War da ein Trampolin drin? Okay. Venomgleiter. Okay, vielleicht noch ein paar Saboteure, ja? Die GDI kontrolliert über das Büro der Hafenbehörde diesen Hafen. Zerstören Sie dieses Gebäude, um das zu ändern. Wir können die Scharfschützen mit unseren Sensoren orten. Was gibt's? Oh. Die Scharfschützen, die... Die sollte ich also noch gar nicht. Verstand. Ah, verstehe. Verstand. Jetzt soll ich den Saboteur suchen, ja? Aua. So, von hier aus vom Gebäude sollte ich die ziemlich leicht ausschalten können. Genau so. Ah, schlecht. Ich verstehe. Ruhm und Ehre. Schießen Sie los. Zeit wachen Geistes. Gefechtsstand der GDI erobern. Okay. Einzig gefährliche hier ist jetzt dann wirklich... Sind diese Sniper-Teams. Da muss ich aufpassen. Meine Karte. Rücke vor. Okay. Nochmal alles loswerden, bitte. Danke. Oh, ist die jetzt einfach kaputt gegangen? Oh, das ist schlecht. Ne. M-m-m. Die ist einfach instant gestorben. Wahrscheinlich hat ein Granatentrupp reingeworfen, oder? Natürlich bin ich bereit. Einhalte. Dann vielleicht doch lieber von dir. Einmal Insta-Deleten, alles. Rücke vor. Positiv. Ich verstehe. Rücke vor. Tut mir leid. Nein. Kinder. Positiv. Hula lala lala. Leute, chillt. Ich muss ganz schnell weg. Ich muss ganz schnell weg. Ich muss ganz schnell weg. Liebe GDiW, ich weiß, wenn ihr noch ein paar Infanteristen hier habt, ne? Irgendwas gesehen? Wie ist der Plan? Ah. Ja gut, das ist die schnelle Variante, sich hier mal zu regenerieren. Ich verstehe. Dankeschön. Rücke vor. Rücke vor. Okay. Positiv. Ich verstehe. Feindliche Basis in sich. Rücke vor. Zurück. 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 Lass ich gestehen. Patrouille bereit. Alles ruhig. Und die Venomgleiter dürfen ruhig noch ein bisschen sich befördern. Schießen Sie los. Nein. Irgendwas gesehen? Na klar. Ich arbeite allein. Das hätte auch schief gehen können. Das wäre der Nächste. Feindliche Basis in sich. Rücke vor. Folgt nicht so hinzunehmen. Rücke vor. Rücke vor. Und weg. Rücke vor. Sieht ganz okay aus. Einmal rein und von hier ausschießen. Die Grenadiere kommen glaube ich nicht nah genug ran. In der Theorie zumindest. Ich meine, ich könnte natürlich auch mit meinen gesamten Saboteuren da mal durchstürmen. Aber kann sein, dass ich die vielleicht eigentlich noch brauche. Was ist denn mit dir verkehrt, Junge? Einheit wird angekassiert. Ich verstehe. So, jetzt reicht's. Schluss hier mit Infanterie. Rücke vor. Kein Bock mehr auf den Spam. Rücke vor. Okay. Ich verstehe. Rücke vor. Ich verstehe. Positiv. Ich verstehe. Uh. Rücke vor. Medikamenten, Medikamentenkiste. Da müsste ich dann mal mit meinen Attentätern rein. Ich verstehe. Wäre zumindest sehr ratsam. Okay. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Oh, da würden wir da zwei Scharfschützen. Schwein gehabt. Ich verstehe. Okay. Kinder. Genau mein Kind. Ich verstehe. Ich verstehe. Mit freundlichen Grüßen. Ich verstehe. So, ebnen wir mal noch ein bisschen weiter die Stadt hier ein. Ich verstehe. Positiv. Mit explosiven Grüßen. Der gefällt mir. Ich habe die schon auf mich schießen gespürt, regelrecht. Zum Glück. Zum Glück ist noch der Saboteur da. Wenn die den jetzt hier rum getötet hätten. Ich hätte nicht schlecht geschaut. Sagen wir es mal so. Genau, mein Kind. Freut mich, Sie kennenzulernen. Okay. Ich verstehe. Nee. Geh doch nach Hause. Ruhm und Ehre. Komm, spreng die bitte einfach. Gut. So, ihr geht mal rein und sprengt einfach alles, was nicht mehr drei auf dem Baum ist. Und den Baum am besten mit. Dass die nicht mehr auf dem Baum sind, die sie auch mitsprengen können. Und? Rein da. Einfach alles kaputt machen. Boom, 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 boom. Yeah. Nice. Einmal hier weg machen. Nein, da, da, da. Nicht das. Nicht das. Aufhören. Stopp. Stopp. Ach da. Wollte gerade schon sagen. Wo ist denn mein Boy? Rein mit dir. Was macht? Bringt mir das jetzt? Ich verstehe. Also? Hm. Okay. Wie ist der Plan? Ruhm und Ehre. Ach, egal. Zeit ist reif. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Bin allzeit bereit. Wir müssen ja bloß noch das Hafengebäude da zerstören. Rücke vor. Hört. 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 Ein Ziel. Alles ruhig. Ihr Mut gefällt mir. Krieger von Nord. Ah. Jetzt. Bin allzeit bereit. Okay. Der wird einführer. Nicht. Kings Wille geschehen. Order. Dein Ohr. Ja. Das war's, ne? Okay. Was auch immer mir jetzt hier der Gefechtsstand gebracht hat, aber wir haben's gemacht. Schade, der BMT hat's geschafft, aber kann mir jetzt egal sein. Wunderbar. Ja. Das war Hempten Rhodes. Hätten wir geschafft mit allem, was dazugehört. Aber wir haben noch eine Mission in diesem Akt, wie's aussieht. Washington DC. Dort versteht's uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zur vierten Mission in diesem Akt oder der fünften Mission von Nord insgesamt. Bis dahin. Bye-bye.